angriff nein du denkst du kannst gegen mich gewinnen oder was hallo liebe freunde herzlich willkommen zu einer weiteren episode von let's play rumbleverse freunde ich freue mich auf wie viel dass ihr wieder hier eingeschaltet habt tatsächlich so ein bisschen nebenbei muss ich einfach sagen habe ich so viel so viel moderne vorgezockt das kann man nicht in worte fassen dass ich so die nase voll ab von diesen ganzen campern und von diesen sinnfreien spielern teilweise aber ich freue mich wieder ein bisschen battle royale und so mit euch gemeinsam hier zu suchten ja wieder eine neue folge ich freue mich obwohl ich halt wie der letzte noob spiele was ist das denn ey oh das sind oreos lol was das sind oreos hoch das sind oreos leute schnell hoch hä ist die map neu hä toll sicher echt sicher das sind oreos einfach gewesen ehrlich habt ihr das gesehen ja voll krass einfach und digga der kann man so es reicht wo er wirklich ist das sweater ehrlich ja gar keinen bock drauf ehrlich ich kann ihm eigentlich locker ein uppercut geben war sind die dumm ehrlich ich hab da echt gar keinen bock mehr darauf gegen diese müll spieler zu spielen ehrlich die haben einfach nichts zu tun einfach ich sag dass ein sweater könnt mir sagen was du wollt in diesem spiel gibt es extrem viel sweater sagt sagen wir sagen wir was wir wollen ehrlich ich wollte jetzt schon zweimal hier irgendwie was essen ging nicht ich muss jetzt hier irgendwie gucken wo ich wurde auch schon alles aufgenommen hier wird auch schon alles aufgenommen ne armpulver shit was ist das denn besser als gar nichts besser als gar nichts ganz ehrlich shit 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 da ist er da ist er der eselkopf tschüss ehrlich was für ein hoden kopf ehrlich so moment das kann ich auch noch nehmen ich verdrück mich die ganze zeit hier dieses game ne ich hab das hunde ich weiß nicht wie auch ich das sagen soll es ist einfach ein geiles spiel was ist denn das bittiger smith kenne ich gar nicht das kenne ich gar nicht nacho eimer oh ja nacho eimer ist gut lebenspunkte und so ja was mache ich erstmal ein bisschen auf so das war gut hier ist einer oha und tschüss dich hole ich mir digga das ist ein bot ne das ist ein bot safe ein bot oder es ist ein spieler gibt es ja auch mittlerweile ja ok nein 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 armpulver der hat ja auch gar nichts also der hat ja auch wieder nichts ich brauche was zu essen herzpulver nacho eimer nimm einfach ist und peter hühner werden gut das game ist sowas von geil hier werfer was ist das cargo kerry ich weiß auch gar nicht wie die map gerade ist mit mich moment ich kann die zone nicht sehen shit wird gerne auf die map gucken aber geht nicht ich weiß gar nicht wie ich auf die map gucken soll auf n ah shit ja das wollte ich auch nicht ich kann nicht die map öffnen egal 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 wenn wir nach oben hier ist glaube ich einer und tschüss du esel ja oha weg 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 ich bin low nein ich kann ihn doch hier angreifen ah nein die zone kommt ich kann jetzt gleich laufen am besten laufen 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 das wird knapp so ich bleib mal hier er kommt auf jeden fall hoch oder ja er kommt er kommt hoch tschüss bleib mal schön unten und du auch shit und tschüss runter mit dir oha das hat richtig viel schaden gemacht beinpulver kommt die person hoch oder ist der wirklich so dumm oha wie viele bots sind gerade in dem spiel warte ich springe runter angriff k.o. k.o. easy easy junge okay jetzt gerade haben wir kaum zwölter in dem spiel glaube ich oder oder tue ich nur so guck mal hier wo die person springt ooo 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 yes hinter mir ist glaube ich einer ja ich sehe ihn bist du hohl ehrlich und du auch mal runter du auch runter boah ich muss echt auffassen man ich habe nicht so viel leben nein 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 weg 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 hier was essen kann ich nichts essen hier ich kann nichts essen oh mein gott ey ich will was essen da ah geht auch nicht shit ich muss was essen ich bin echt mega low noch ein spieler nee doch nicht nein 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 ich bin down ich bin auf jeden fall down ey ich brauche auf jeden fall was zur heilung oder so ehrlich was das herzpulver dann habe ich noch beim pulver angriff was für ein esel ehrlich mega gemein oha ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich habe ich mir an ok der ist k.o. jetzt kommt nur noch die frau wo ist die Digga, die ist richtig krass. One way one. Ja, war nicht blockbar. Ich konnte nichts machen. Ich konnte nichts machen. Tschüss. Tschüss. Was willst du machen, hä? Angriff. Nein. Yes. Du Noob, Alter. Du denkst, du kannst gegen mich gewinnen, oder was? Du Noob, ey. Der war gut an sich. Das war aber kein echter Spieler. Oder? Doch, das war ein echter Spieler. Was für ein Noob, ehrlich. Und ich bin ein Noob, aber das war ein noch krasserer Noob. Was für ein kranker Noob, ehrlich. Let's go, Leute. Freunde, lasst mir diese geile Episode auf jeden Fall ein Like da. Ich freu mich auf jeden Fall. Richtig geil. Und nun mal geil. Feier ich richtig krass. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Haut rein. Ciao, ciao, ciao. Euer Melek. Oha. Direkt schon ein Abo reingegangen. Ciao, ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.